Begeisterte MitarbeiterInnen, atemberaubende Natur, traumhafte Erlebnisse, vielseitige Kultur und beeindruckende Technik. Die Salzburger AG Tourismus GmbH betreibt einige der beliebtesten Tourismusattraktionen in Österreich und ist eine 100%-Tochter der Salzburger AG. Ja, unsere Reise zu den fünf Stätzen, die startet unter uns. Wir fahren rauf mit der Festungsbahn auf den Mönzberg, können von dort weg einen Spaziergang machen zum Wasserspiegel. Das ist ein kleines Museum, das sich ganz rund um die Geheimnisse, um das Element Wasser beschäftigt, verschrieben hat. Wenn man dann vielleicht nur die Kultur und Genuss sozusagen befriedigt oder gestillt hat, den man hat, dann geht es runter mit dem Mönzbergaufzug wieder in die Stadt und landet dann am Ende in der G-Städtengasse. Und dann sozusagen machen wir einen Zähnenwechsel. Wir sind in St. Wolfgang am Wolfgangsee. Die Schifffahrt ist schon über 150 Jahre alt und die bringt uns beinahe, auch wenn es jetzt hier authentisch salzburgerisch ist, bei wunderschönen Wetter über den Wolfgangsee rüber zur Schafbeckbahn, mit der auch schon der Kaiser gefahren ist. Da geht es dann hoch auf 1783 Meter und von dort weg kann man eigentlich den himmlischen Ausblick genießen. Und das ist dann der fünfte Schatzenbund. Von Jobs im internen Service über Technik bis hin zu Jobs und Lehrstellen in der Gastronomie. Die Salzburger G-Tourismus GmbH bietet viele verschiedene Berufsfelder. Also wir bieten hier bei der Salzburger G-Tourismus GmbH wirklich Jobs mit Ausblick. Der Dom in Salzburg, die Festung in Salzburg oder auch Naturstädten. Wir haben sozusagen Standort in St. Wolfgang. Neben dem, wir sind wirklich ein sicherer Arbeitgeber, haben ein sehr buntes Entwicklungspotenzial für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und sind für einen touristischen Leitbetrieb auch ein Arbeitgeber mit sehr flexiblen und sehr planbaren Arbeitszeiten. Ein spannender und abwechslungsreicher Arbeitsalltag ist hier garantiert. Also zu meinen alltäglichen Aufgaben zielen natürlich diverse Bürotätigkeiten, Anfragen im Rahmen von Reservierungen, weiterhelfende Mitarbeiter bei uns am Standort und auch Kontakt auf einmal mit anderen Abteilungen von Salzburger G. Und zusätzlich mache ich ja auch die Führungen im Wasserspiegelmuseum. Mein Arbeitsalltag ist sehr abwechslungsreich, weil wir als Betriebsleiter im Prinzip für den ganzen Betrieb zuständig sind. Da gehören das ganze Technische, von der Festungsbahn und vom Mönchsbergaufzug dazu, die Leitung des Personals, Einhaltung der Fristen, Bürotätigkeiten etc. Also es ist sehr abwechslungsreich. Circa 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 5 Attraktionen, 2 atemberaubende Standorte. Dort arbeiten, wo andere Urlaub machen. Ja, die potenziellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sollten auf jeden Fall das Herz am rechten Fleck haben, eine Hands-on-Metalität mitbringen, eine Leidenschaft genauso wie wir für das, was wir tun und auf jeden Fall auch Spaß in der Arbeit haben und genau solche Kolleginnen und Kollegen, die suchen wir. Mein Einstieg bei der Salzburger Tourismus GmbH war 2017, damals als Maschinist. Und man ist da sehr gut aufgenommen worden. Es hat sich immer jemandem angekümmert. Ich kann mich da auf jeden Fall weiterempfehlen. Es ist sehr abwechslungsreich und sehr interessant. Und wie gesagt, jeder Teil bringt was Neues. Und das finde ich schön an unserer Arbeit bei der Salzburger AG. Wenn auch Sie Interesse an einem Job bei der Salzburger AG Tourismus GmbH haben, dann bewerben Sie sich gerne unter www.fünf-schätze.at-karriere.